Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Sniper Elite V4 Sniper Elite V4 Wir sind immer noch dabei die Offiziere zu töten Es ist gerade die zweite Aufnahme, die ich gerade mache, für diese Folge, sag ich's mal Ich hab eben eine Folge aufgenommen und ich hab zwei Leute lautlos gekillt Und irgendwie haben sie mich trotzdem entdeckt und dann war es das ganze Game über Oder die ganze Folge über halt einfach nur abhauen und versuchen nicht zu sterben Und ich bin einfach 50 Mal gestorben und dann, ja War nicht so, war nicht so schön Deswegen mache ich das alles jetzt nochmal neu Starte nochmal von hier Und versuche jetzt Einfach nur erstmal da oben den zu töten Weil der Ging einfach Und ich weiß nicht, wie erkannt wurde, dass ich den hier umgebracht habe Eigentlich muss ich mich hier nur langsniegen, oder? Oh Gott, die sehen mich gleich Äh Äh Das hat gut funktioniert Komischerweise Ich glaube, sie suchen mich, oder? Suchen sie mich? Okay Ist wieder alles safe Ich komme nicht mehr weg gerade Da ist wer Kann ich mich nicht hier rüber hängen? Weg Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht Hä? Du Oh Wie Oh Oh Füllt sich mein Leben nicht wieder von alleine auf Das Problem hatte ich nämlich eben auch schon Dass ich mein Leben einfach Nicht im Griff hatte Obwohl, ich habe doch hier Jetzt dürfte ich mich heilen, oder? Heile ich mich? Kann ich? Kann ich? Wie setze ich denn? Warte mal Steuerung Halt links gehen Ah Okay, cool Lunge leeren Nachladen Fernrohr Schulter zielen Überwinden Ja Fallen lassen Interagieren Ja Ich Was? Warum denn eher? Gegenstand benutzen F Gegenstand verwenden Umschalten Verband Verbandskasten 6 Ja Aber wie setze ich den ein? Oder heile ich mich da gerade hoch, Leute? Seht ihr das? Heile ich mich da gerade hoch? F Ah Okay Mit F Okay Da ist einer Wenn der jetzt nochmal weggehen würde Könnte ich mich da langsneaken? Oh, da kommt einer Oder da ist jetzt einer Ich hätte gern Schally auf meiner Waffe Okay Ich muss mich hier lang irgendwie sneaken Den da Ich muss irgendwie in den Busch da Ich bin halt Mitten im Gebiet Ich müsste halt irgendwie außen rum Oh, jetzt ist der Wächter Oder wie? Was? Jetzt kommt der wieder hin Oh, Mann Obwohl Wenn der gleich da weggeht Kann ich da hinsprinten Oh, mein Gott Er ist tot Scheiße Wer ist das? Jetzt sind die dort weg Ach, Kacke Das war nicht so, wie ich es mir hofft habe Okay Aber ich bin wieder safe hier Weil hier Versmuten sie mich nicht Wir dürfen den Star der Show nicht warten lassen Ist er das? Nee, das ist er nicht, oder? Ich würde den dort gerne ausschalten Mach keine Geräusche Okay, Leute Okay, Leute Was gibt's zu machen dessen? Nichts Aber ich muss sie irgendwie umbringen Ja, er geht weg Okay, Leute Okay, Leute Oh nie Huh Oh. Headshot, bitch. Was ist das jetzt erstmal? Das ist alles. Ich lass sie auch einfach liegen. Oh, ich krieg Moni, Leute. Moni! Ich hätte vielleicht erst die Kamera zerstören sollen, glaube ich. Aber naja. Oh, ich seh da auf der Karte. Ja, ich seh da grad Gegner. Leute. Ja, eigentlich kann ich die ja ignorieren, ne? Ja. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, geh mal dieses da hin. Obwohl, ich hab grad hier, nur hier die Menge und hier unten sind noch zwei, die mich... Ich, 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 oh, Geronimo. Oh. Okay, da ist noch einer. Boop. Oh, shit. Digga, bist du jetzt mal fertig? Danke. In den Anus, Alter. Hier gibt's nichts mehr zu finden. Ja, das Ding ist, ich bräuchte vielleicht auch mal ein paar mehr Verbände oder so. Haha. Ich, ja. Das wär eigentlich ganz nett. Aber ich glaub, die find ich nicht mehr. Aber ich hab wieder MP-Imonie, das ist auch ganz nett. Sonst nichts. Keine Ver... Oh, ich hab noch hier Verbände. Ja, nutz ich einmal. Was ist das? Stein. Stolpermine. TNT. Jo, geil. Ahem. Gut, Leute. Haha. So, der nächste ist der hier. Hab ich hier noch... Ich hab gar keine Feinde mehr, die mich suchen, glaub ich. Okay. Dann würde ich sagen... Das war ein erfolgreicherer Part. Ich kann den Part sogar... Oh, ich hab den... Oh, ich hab nen Namen für den Part, ey. In dem Brief wird ein gewisser Kessler erwähnt. Da klingelt was. Ich glaub, ich nenn den irgendwie Rambo-Action oder sowas. So, hab ich hier denn noch irgendwie Kameras oder sowas. Infanterie. Infanterie. Töte Nazi-Offiziere, egal wie. Einen von vier. Ja. Zwei, drei, vier fehlen noch. Und... Das hier ist ja... Zerstörer-Kamera. Mach ich noch schnell die... Zerstör ich noch schnell die Kamera. Vielleicht sollte ich immer erst alle Kameras zerstören. Diese Insel ist ein einziger Propaganda-Feldzug. Mit der Orchidea als Höhepunkt. So. Ja, wo ist die letzte Kamera? Wollen wir den Checkpoint-Kontrollpunkt sichern? Das könnte man... Ah, erstmal muss ich das hier machen. Vielleicht seh ich ja auch den Boy schon. Den Offizier. Boah, ich bin grad sehr... Außer Puste, sag ich mal. Aber ich würd sagen, Leute, das war's erstmal für diesen Part heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut da rein.